Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 8. April 2021. Allrad-Autos erfreuen sich zur Zeit auf der Insel gigantischer Beliebtheit. Als Mädchen, seit drei Tagen selbst stolze Besitzerin eines Allrad-Autos, verrät uns. Mit diesem Auto werde ich jeden Quadratzentimeter dieser Insel bereisen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Pan an den Speck, wurde auch Zeit? Über das Thema weiß ich besser Bescheid als ihr. Danke fürs Zuschauen. Ich bin ihr, der junge Wolf. Der 8. April war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.